Die digitale Technik muss aufwendig vorbereitet werden. Für den alltäglichen Einsatz ist die Spezialkamera nicht geeignet. Oliver Götze geht auf der Uferdöschung Wache halten. Hier oben kann er ankommende Flusspferde schon von Weitem sehen und seine Kollegen warnen. Nichts ist schlimmer, das hier überrascht zu werden. Das wäre schon gut, aber es ist noch kein Licht. Doch, doch, doch. Evo Nörenberg hofft auf eine schöne Gegenlichtaufnahme. Die größte Schwierigkeit ist, den richtigen Moment abzupassen. Der kommt gleich wieder hoch, glaube ich. Wir wollen mal gucken, wie das aussieht. Er hat nicht geblasen, aber das war auch schon ganz witzig, wie das Wasser so wegschubste. Wie das Wasser über die Ohren, das ist ein super Schuss. Und der pustet auch noch. Das kommt in jedem Fall, das Bild. Das ist super. Hätte ich gar nicht erwartet. Das war so eine banale Bewegung. Das sieht so toll aus, wenn Sie in diese Welle erstmal, wie so eine Sturmflut, die da kommt. Das war sehr schön. Also das Ganze ruhig bis dann weiter nochmal. Das ist das Problem. Das frühe Aufstehen hat sich wieder einmal gelohnt. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Untertitelung des ZDF, 2020